na endlich das wochenende ist rum und die freude auf eine neue hoffentlich möglichst erfolgreiche woche die ist groß zumindest mal die vorfreude doch die frage ist ja setzt sich das tatsächlich durch aktuell so richtig starke bewegungen nach oben oder tendenzen nach oben sind noch nicht zu erkennen aber erst erzähle ich euch das ist ja nicht ganz neu wir haben ja gesagt es darf ruhig aus korrektiv aussehen gucken wir noch mal ganz kurz auf den dax der dax sehr aktuell im intraday chart da sehen wir dass wir seit dem überschreiten oder eigentlich unterschreiten des junihochs anfang juni hochs hier das türchen aufgemacht haben für die zone noch mal zur erinnerung für all diejenigen die es nicht mehr im blick haben rücksetzer also ungefähr 15.700 15.400 notfalls auch 15.200 darunter allerdings diese grüne linie wäre das warnsignal dafür die möchte ich eigentlich jetzt nicht mehr sehen denn diese korrektur die jetzt gerade läuft sollte kleiner sein als die um das perfekte bullische bild zu bringen also insofern dass mal so als kleiner hinweisgeber meine erwartungshaltung ist also irgendwo in diesem blauen bereich aber nicht auf der unterseite zumindest mal da nicht mehr wirklich hier ganz so tief reingehend bedeutet allerdings auch ist noch ganz schön unkonkret wir wissen noch nicht so richtig wie tief es jetzt tatsächlich geht es ist ja doch eine durchaus weite spanne von 500 punkten wie soll man sich da orientieren naja also jetzt blindlings reinkaufen ist nicht mein ding das müsst ihr gucken entweder ist man noch drin weil man die stops unten drunter gelegt haben das war eine option die wir letzte woche besprochen hatten oder man ist noch draußen oder zumindest mal noch nicht ganz wieder drin oder ein bisschen teilgewinn mit namen hat man vielleicht gemacht dann sollte man aus meiner sicht noch warten mit der long seite denn noch sind jetzt inzwischen dann hier keine echten wende bewegungen hier zu erkennen es kann bald sein dass es dreht wir sind ja immerhin schon deutlich in die nähe gekommen eigentlich habe ich es aber lieber wenn es dann wirklich noch mal anfängt also eigentlich wäre so mindestziel komm lass uns gerne doch mal die 15.635 noch mal durchstoßen in etwa das wäre hier beim index quasi das tief was wir hatten am 31 mai also noch nicht so arg lange her das würde ich gerne eigentlich noch mal sehen sehen wir denn im kurzfristigen irgendwie was was schon echt bullisch ist naja zumindest sehen wir das aktuell der kurs noch mal gegen in den letzten vielen stunden auf dem weg nach oben ist das wollen wir immer positiv ankreiden aber ob das jetzt schon wirklich ein bullisches signal ist ich weiß es nicht wie könnte ein bullisches signal aussehen aus meiner sicht müsste es wenn schon hier irgendwie pausen zwischendurch sind eher noch ein bisschen möglichst steil nach oben gehen und danach die nächste pause das wäre für mich ein indiz um dann einzusteigen aber wenn ich ehrlich bin eigentlich noch nicht jetzt ist es noch zu tief also noch nicht tief genau so rum ist noch zu hoch gewesen wir müssten eigentlich noch mal eine stufe tiefer gehen dann wäre ich super begeistert von der richtung natürlich wenn er jetzt etwas in dieser art hier hin liegt dann werde ich mich nicht gegen die bullische seite komplett verschränken aber naja also wie gesagt noch mal einmal tiefer wärme dann durchaus lebt gibt es denn dann ganz gute chancen für die abwärtsseite schauen wir doch mal nach amerika wie sieht es denn da aus und der dow jones wir erinnern uns dax und dow jones haben in den letzten monaten so eine heimliche allianz gehabt sind doch sehr sehr ähnlich unterwegs gewesen also wenn der dax gefallen ist dann ist auch der dow und wenn der dax gestiegen ist auch der dow jones beziehungsweise umgekehrt ich weiß da wird häufig darüber diskutiert es ist doch nicht der dax der antreiber naja das kann man dann immer mal so mal so sehen es sind natürlich die amerikanischen investoren je nachdem wo sie sind aber tatsächlich aktuell scheint es natürlich durchaus auch der dow jones zu sein der da die treibende kraft ist die allerdings sieht für mich noch nicht überzeugend aus denn das was wir hier auf der aufwärtsseite im moment sehen also die aufwärtsseite ist ganz klar aufwärts gerichtet aber man muss auch sagen sie sieht dann doch ganz schön korrektiv noch aus positivstes element ist dieser ausbruch nach oben der alleine wäre jetzt für mich kein long trigger gewesen ihr erahnt schon warum weil wir hier rücksetzer haben die korrektiv überschneidend sind also das ist für mich nicht das anzeichen und spätestens jetzt wo wir wieder hier voll drin sind in der geschichte muss ich ganz ehrlich sagen egal was das nach oben wird selbst wenn er noch mal hoch geht selbst das wäre für mich noch kein bullisches zeichen im sinne von jetzt kommt das denn all das was wir hier seit diesen tiefgängen hier gesehen haben noch mal zur erinnerung das tief hatten wir am 26 morgens um halb zehn irgendwie also deutsche zeit halb zehn alles was wir seit diesen tief haben das sieht korrektiv aus also durchaus aufwärtsrichtung klar aber mit den vielen vielen überschneidungen die wir haben hat man den eindruck dass die marktteilnehmer entweder keinen bock oder keine kraft haben beides ist für mich keine einladung für oder mache ich da jetzt aber massiv rein gehen also insofern ist das für mich eher eine erwartungshaltung dass wir noch mal runter kommen ob das über diesen umweg passiert oder ob wir vielleicht sogar direkt runter gehen das werden wir noch mal sehen beides halte ich für realistisch da muss ich gestehen weiß ich nicht da wünschen sich natürlich viele ja sag doch mal da müsste ich hier irgendwie was klares sehen was in der form aussieht wenn das heute nachmittag noch passiert dann ist das natürlich wie immer ein entsprechender trigger in dem fall für die short seite ihr seht die bullische seite ist noch nicht so richtig mein liebling ist das kritisch nee es ist noch nicht kritisch warum nicht gucken wir uns das mal im vier stunden chart an den anstieg die wir hier hatten hatten der darf natürlich auch meine korrektur machen wenn wir die mal hier vom tiefsten punkt zum höchsten punkt uns mal angucken beispielsweise dann sehen wir wir sind da noch voll in dieser zone irgendwie drin es gibt so zwei varianten nämlich entweder das ist die korrektur und wir drehen bald stichwort aktuell noch nicht haben wir gerade im fünf minuten chart gesehen oder aber das müssen wir hier irgendwie ein bisschen anders noch aufteilen und das ist hier insgesamt die korrektur auch dann müssten wir eher korrektiv nach oben gehen also irgendwie habe ich den eindruck noch sind wir nicht wieder auf dem bullischen arm nichtsdestotrotz alles was wir beim dax gerade besprochen haben alles was ich auch jetzt beim dauer bespreche bis von mir aus 33.400 notfalls sogar noch ein bisschen tiefer ist kein übergeordnet bärisches bild also für beide märkte gehe ich nach wie vor eher von der bullischen seite aus da spricht noch nichts dagegen erst wenn wir hier unter 33.300 200 100 gehen dann fange ich an ernsthaft mir gedanken zu machen also spätestens an dieser marke da würde ich sogar sagen wollen wir nicht sogar noch mal die 31.500 angehen aber solange wir oberhalb von 33.100 sind ist für mich die 31.500 erstmal kein thema erst wenn wir da durchgehen dann muss ich ganz ehrlich sagen würde ich sogar sagen okay das ist wieder kollege drei will ich runter drei will ich hoch und noch mal einmal auf diesen ausgangspunkt der seitwärtskorrektur viele von euch wissen was ich damit meine und die wäre dann eben irgendwie für 31.000 31.500 dann zuständig nicht mal das wären killer für die bullische seite denn wir hätten immer noch eine starke aufwärtsseite eine seitwärtskorrektur und hätten dann von hier aus wieder neue chancen für die long seite also da bin ich immer noch nicht dann zwingend bärisch eingestellt aber ich finde da lohnt es sich dann hier notfalls mal zu sagen okay dann schließe ich halt zumindest mal beim dow jones index dann meine position und kriegt dann später die chance entweder hier unten drunter oder je nachdem wenn er hier irgendwie ein schönes muster macht da wieder einzusteigen also günstiger denn es besteht ja immer eine restgefahr dass er doch noch fällt wer weiß was für nachrichten da noch irgendwie auf der welt rumschwirren also aktuell bin ich kein bulle was den nachmittag angeht was die nächsten vielen stunden angeht würde ich sagen sehe ich ganz gute chancen dass wir weiter auf dem abwärtsweg sind das positivste was ich da noch erwarten wäre wäre dass wir entweder direkt runter gehen oder noch mal so ein bisschen wackelig hochgehen und noch mal runter gehen das sind aber beides keine so richtig bullischen anzeichen also solange wenn ich dieses tief bei 33.000 was hatten wir da gestern nee was war am 26. war freitag nee ist heute morgen heute morgen gewesen wo kann ich sagen heute morgen also solange wenig noch tiefer sind ist alles was seitdem passiert ist in der korrektiv phase und dementsprechend für mich keine einladung für die bullische seite wie gesagt ich kann es nicht häufig genug wiederholen weil viele das dann immer mit einem ohr nur hören und dementsprechend nicht so richtig mitkriegen übergeordnet bin ich nach wie vor bullisch ist völlig akzeptiert aber untergeordnet aktuell muss ich sagen gefällt mir das mäßig der s&p geht dabei einigermaßen noch also für die intraday bullen hier immerhin aufwärts vielleicht wackelig runter gut hier vielleicht insgesamt eine seitwärts korrektur also das geht sogar noch halbwegs allerdings weiß ich jetzt nicht ob der s&p jetzt der maßgebliche ist um hier schon bullisch einzusteigen ich muss ganz ehrlich sagen von der größe her würde das alles immer noch wunderbar passen also wenn ich das mal hier so ein bisschen vergleiche mit rücksetzern die wir hier vorne hatten das mal ein bisschen größer dann seht ihr das hier ist jetzt hier im tageschart das ist im tageschart aber nur dass ihr so ein bisschen den eindruck habt wie tief rücksetzer völlig in ordnung sind also da ist das völlig okay selbst wenn ich den jetzt hier noch mal nehme der ist völlig okay wenn ich den hier nehme den habe ich jetzt sogar noch falsch gezeichnet den einen nehmen wir gerade wieder raus also ihr seht da haben wir mehrere marken das heißt alles bis in diese zone entspricht normalen rücksetzern die wir vorher hatten und ich würde mich gar nicht mal wundern wenn wir entweder jetzt dieses hier oder von mir aus auch diese größe noch mal bekommen das heißt alles was über 4340 ist finde ich sowieso auf der abwärtsseite non event daran hat sich nichts geändert ein bisschen tiefer darf es dann noch mal gehen was ich spätestens nicht mehr gut finde ist wenn wir diese marke beziehungsweise die die sind relativ ähnlich hier irgendwie bei 42 100 also 4200 hier wenn wir die noch mal durchstoßen das möchte ich nicht sehen dann sind wir nämlich in der aufwärtsbewegung ganz schön tief runter und dann eben auch überschneidend also da drunter möchte ich nicht mehr gehen vorläufiges ziel haben wir gerade soeben erreicht anders als da und dax muss ich sagen bin ich hier was das angeht noch mit am bullischsten eingestellt wir könnten also schon wieder drehen für die bullische seite müssen aber noch nicht zwingend heute und im fünf minuten chart ich habe es eben angedeutet ja das sieht so latent aus da muss ich aber sagen nachdem wir jetzt ja schon unterwegs sind ich wünsche mir mal laut was das müsste dann irgendwie so aussehen und anschließend eine korrektur das heißt das was wir hier an korrektur muss ich mach es mal groß dass wir da ein korrekturmuster haben und hier das sollte idealerweise nicht mehr überschneiden also da sollte eine lücke dazwischen sein dann die nächste korrektur wieder auf halbe strecke runter wenn das wirklich korrektiv ist also wieder mit überschneidung oder drei wellig dann wären die letzten hochs letzte tief hier vorletzte tief da ist jetzt nur annahme aber irgendwie so da in die mitte rein dann wäre das für mich der long trigger und dann würde ich sagen s&p ist ja tief genug gefallen könnte also jederzeit wieder drehen hätte also die bedingung für einen long einstieg aber das möchte ich vorher noch sehen aktuell kann ich es hier nicht erkennen vielleicht kann man das beim nasdaq besser erkennen schauen wir uns mal hier an auch hier noch mal ganz grob zum also die letzten rücksetzer bewegungen gesehen eigentlich wäre jetzt so diese größenordnung dran da sind wir noch voll im trend da kann man jetzt also nicht sagen vor der markt der dreht jetzt hier auf gefahr nicht wirklich zur not müsste sogar das hier noch mal erlaubt sein ich finde den allerdings schon eine stufe zu weit besser sollte er den oder den anderen da nicht mehr sehen also das heißt wenn ich mir was wünschen kann als richtig bullischer sicht irgendwo bald den dreh kann man sagen dass ein bisschen tiefer geht als 15.000 das wäre noch mal okay wenn es dann unbedingt sein müsste dann auch von mir aus diese größenordnung dann wären wir noch bei 14.400 alles was deutlich darunter hinaus also nicht jetzt millimeter aber guck mal punkt tiefer also nicht mehr gut aber möglichst sollte er in der nähe dieser beiden marken jetzt wirklich mal versuche starten für den dreh mein lieblingsszenario wäre das pause das gleiche pause noch mal und jetzt dann noch mal hoch und dann von da oben aus erst dann wieder diese hier das fände ich mit am schönsten das wäre so aus chart technisch klassischer sicht und lesweise eigentlich so halbwegs das das beste bild für die längerfristigen bullen also vorläufig alles safe ich sage mal 14.800 ist überhaupt gar kein problem 700 ist kein problem wenn es denn diese zweite variante jetzt schon sein sollte wäre auch für 14.300 200 notfalls auch noch 100 kein problem alles was dann da drunter geht finde ich dann immer unattraktiver und spätestens wenn wir hier überschneidung kriegen aber dann seht ihr schon ist das schon so groß da spielen wir weder in dieser noch in dieser liga also insofern irgendwo hier die stops also als absolute notlösung für die gefahr dass es weitergeht sollte auf jeden fall reichen wem das zu weit ist was ich verstehen kann für die aktiveren trader ist das natürlich viel zu weit der stopp hier im rahmen der 14.000er marke da würde ich dann ein bisschen enger gehen aktuell aber gehen wir mal auf den kurzfrist chart tja weiß ich auch nicht so richtig die aufwärtsseite die wir jetzt hier sehen schaut mal das war der tiefste punkt den hatten wir noch vor dem wochenende ging es hoch sehr tief runter jetzt dann wieder die geschichte auch wieder sehr tief auch hier wieder ganz viele überschneidungen ich finde noch nicht dass die marktteilnehmer jetzt auch bullisch gebürstet sind ich empfinde dass das hier eher eine korrektive das sind mal versuche also man versucht es mal lässt sich aber die wurst komplett vom teller ziehen dann versucht man es wieder streng genommen sogar dreiwellig wer sich diese aufwärtsbewegung anguckt wird sagen naja eigentlich ehrlich gesagt ist das ein dreiweller wir wissen dass dreiwellig die falsche richtung ist wenn aufwärts dreiwellig und die falsche richtung ist es wohl eher noch nicht der richtige einstieg für die bullische seite deshalb best guess anders kann man es nicht formulieren die erwartungshaltung heute ist noch nicht der richtige einstieg um im großen stile schon wieder auf der bullischen seite mitspielen zu wollen zwischendurch im kleinen geht das natürlich unter umständen also wenn ihr sagt mensch hier ich mach doch mal im fünfminuten chart mal schnell eine position eingehen wenn es irgendwo relativ steil hoch geht wackelig runter ich versuche es dann einfach mal dann ist gut wobei die jüngste bewegung doch relativ steil ist da wäre dann die versuchung wackelige aufwärtsbewegung vielleicht sogar noch für einen nachmittags zwischenschort zu nutzen also shorties im rahmen der insgesamten bullischen bewegung noch möglich kleiner hinweis zur warnung natürlich kann der kurs jetzt auch dramatisch nach unten gehen allerdings bis zu diesen genannten marken ist es eher noch ein bullischer markt weil der trend eben stark nach oben geht und die abwärtsseiten noch relativ schwach sind wem das alles zu heikel ist der sollte natürlich überlegen entweder positionen zu schließen oder eben abzusichern in der hoffnungsvollen erwartung später dann wieder einen sinnvollen einstieg zu kriegen so in diesem sinne der aktuelle moment ich hoffe ihr habt damit ein bisschen spaß ein bisschen die überlegung verstanden wie wir auf die märkte da gucken aktuell ich drücke euch auf jeden fall die daumen sagt alles gute und bis zum nächsten beitrag